Ein 110% Mindset aufbauen. Was bedeutet das und wie schaffst du das und in welchen Lebensbereichen musst du 110% anwenden? Stell dir mal folgendes Szenario vor, weil vielleicht denkt der ein oder andere, hey Luca, es gibt doch nur 110%, also wie soll ich jetzt diese, wieso soll ich 110 nehmen? Es gibt doch nur 100%. Du musst dir folgende Geschichte zur Veranschaulichung einmal vorstellen. Stell dir mal vor, du bist jetzt mit deinem Vater beim Räder wechseln. Jetzt müssen gerade die Sommerreifen wieder drauf gemacht werden. Und dein Vater will die Räder wechseln und krabbelt dann kurz mal, weil das auf der Hebebühne ist, hat es hochgepumpt und guckt da runter unter das Auto und plötzlich senkt sich die Hebebühne und das Auto fällt auf deinen Vater. Mit normaler menschlicher Kraft schaffst du es nicht, das Auto hochzuheben. Das geht gar nicht. Du schaffst das einfach nicht. Es ist zu schwer. Du musst hier den Notruf tätigen. Aber du weißt ganz genau, jede Sekunde zählt. Jede Sekunde zählt, um das Leben meines Vaters zu retten. In dem Moment aktivierst du Kräfte, die sonst unmöglich wären, um dieses Auto anzuheben. Und jetzt schaffst du es, dass du deinen Vater befreist. Durch eben diese extra 10%. Und dieses Beispiel soll dir einfach veranschaulichen, dass egal in welcher Situation du bist, immer 110% zu geben. Egal ob du jetzt gerade am Anfang bist und Akquise machst. Egal ob du 20, 25, 30, 50.000 Euro im Monat verdienst, weil der größte Killer ist hier, dass du dich jetzt ausrufst. Dass du jetzt langsam anfängst zu denken, du bist was Besseres. Aber eigentlich ist das nichts. Das ist nicht viel Geld. Vor allem auch mit Steuerabgaben, mit Investitionen etc. Dein Ziel soll es sein, immer weiter Vollgas zu geben. Immer weiter klar zu bleiben. Immer weiter 110% zu geben. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, als ich damals anfangen musste, Akquise zu betreiben. Ich musste, es gab keinen anderen Ausweg. Und ich habe aufs Maul bekommen, aber ich wusste eins. Ich kann nur gewinnen. Ich muss 110% geben, um meine Ziele zu erreichen. Weil mit Durchschnitt, mit 100, mit 80, mit 70 schaffe ich es nicht, meine Ziele zu erreichen. Und dann habe ich mir gesagt, als die Kunden Nein gesagt haben, als die mich abgelehnt haben, gib 110%, scheißegal, scheißegal, 110% Vollgas. Ich muss die Extrameile gehen, ich muss die Extrameile gehen. Es gibt keine Ausreden mehr. Das ist entscheidend erstmal zu verstehen. Was bedeutet noch das 110% Mindset? Ein großer Potentialkiller, der mich lange blockiert war, war, was andere von mir denken. Das heißt, wenn ich jetzt darüber spreche, hier zum Beispiel dir zu sagen, wie du mehr Potenzial aus dir rausholst, hatte ich Angst davor, was könnten andere von mir denken. Was denkt vielleicht mein Umfeld? Was denkt vielleicht meine Familie? Was denken vielleicht meine besten Freunde? Was denken vielleicht die Leute, die mir folgen oder denen ich folge auf Instagram, auf Facebook? Was denken die Leute in meiner Kontaktliste bei WhatsApp, wenn ich hier eine Story poste? Das hat mich lange blockiert. Aber es kam der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, scheiß drauf, scheiß drauf. Die, die Vollgas geben wollen, die glauben an mich. Und die, die kein Vollgas geben wollen, entfolgen mir. Weg, passt eh nicht, super, besser. Und da bin ich auch wieder aus meiner Angst rausgegangen, aus meiner Komfortzone. Und ich kann dir eins sagen, die Leute, die schon da sind, wo du hin willst, die feiern das sogar erst recht, wenn du 110% gibst. Das heißt also, diese Blockade im Kopf, was andere von dir denken könnten, die darf es nicht geben. Hier, wenn du diese Blockade noch hast, das heißt zum Beispiel, dass du vielleicht dich hemmst, mit jedem überall von deiner Vision, von deinen Träumen, von deinen Zielen oder auch über deine Dienstleistung zu sprechen, dann durchspreche das, indem du einfach 110% in dieser Situation dann gibst. Ein weiterer wichtiger Faktor ist, es gab einen Monat, in dem die Kunden zu mir Nein gesagt haben. Es war der 24. des Monats. Meine Fixkosten waren noch lange nicht eingespielt. Ich hatte schon etliche Verkaufsgespräche gehabt. Die Kunden haben abgelehnt, Nein gesagt, wollten nicht mehr kaufen. Und ich dachte mir, Mist, was mache ich denn falsch? Kann ich nicht mehr verkaufen oder wie? Ich habe so viele Abschlüsse gemacht, aber was genau mache ich denn falsch? Und dann hatte ich den nächsten Termin und wollte aufgeben. Ich habe schon gesagt gehabt, ey, bringt eh nichts, ich habe gar keine Lust mehr. Ist das überhaupt das Richtige für mich? Obwohl ich vorher schon sehr, sehr viele Abschlüsse gemacht habe, Vertriebsteams aufgebaut habe, brutale Umsätze geschrieben habe, aber trotzdem hatte ich plötzlich diesen Glaubenssatz, bringt eh nichts mehr, ich kann das nicht. Weil ich so viel Ablehnung bekommen habe. Und dann dachte ich mir eins. Nein, Luca, scheiß drauf. Immer weiter. Immer weiter. Gib immer 110%. Immer weiter. Der nächste Abschluss war der Abschluss. Warum? Weil ich an mich geglaubt habe. Obwohl ich in diesem Loch war, habe ich gesagt, scheiß drauf. Ich gebe 110%. Und dann auf einmal hat es wieder gefruchtet. Dann auf einmal habe ich wieder Vollgas gegeben. Und oft schleicht sich bei dir ein Trott ein. Warum? Du bekommst Ablehnung, du bekommst wieder Ablehnung, du bekommst wieder Ablehnung. Plötzlich denkst du dir, ey, Mist, was mache ich denn falsch? Du bekommst wieder Ablehnung. Aber du gibst gar nicht mehr 110%. Deswegen gibst du Ablehnung. Du reflektierst deine Verkaufsgespräche nicht mehr. Ich habe nicht 110% mehr gegeben. Warum? Weil ich dachte, weil ich mal 5, 6 Abschlüsse in Folge hatte. Es ist so, Kinderspiel. Auf einmal hat mein ganzes Verkaufsskript gar nicht mehr gestimmt. Auf einmal habe ich viel zu viel geredet. Bin gar nicht mehr auf die Wünsche eingegangen. Wollte nur noch abschließen. Ohne reden am besten. Aber das war keine 110%. Als ich mich dann erinnert habe, was läuft schlecht, was läuft falsch, habe ich wieder meine Gespräche reflektiert, 110% gegeben und bam, wieder abgeschlossen. Heißt für dich, egal wie gut du bist, egal wie viel Geld du verdienst, egal wo du stehst, Wenn du ein Soldat bist, marschierst du. Wie Alexander der Große. Hat alles erobert und wollte noch mehr erobern. Das ist 110%. Nicht, weil man ein paar Abschlüsse macht, zu denken, man ist der Größte, Schönste und Tollste, wenn man mal einen Zwaninen-Fufi verdient. Das ist nichts. Das ist wirklich nichts. In München ist das gar nichts. Wenn du dir da mal eine Wohnung kaufen willst, da bist du mit einer Million, hast du gerade eine 60 Quadratmeter Zimmerwohnung. Ja, gibt 110%. Es gibt andere Situationen. Du schiebst deine Akquise immer wieder auf. Du suchst nach anderen Möglichkeiten. Du investierst viel Zeit in alle möglichen Dinge, aber dein Terminkalender ist leer. Das ist keine 110%. 110% sind von morgens um 9 bis abends um 18 Uhr Akquise zu betreiben. Nach 18 Uhr machst du diese anderen Aufgaben. Das sind 110%. Und das sollst du geben. Das sollst du tun. Weil das bringt Erfolg. Das sind 110%. 110% sind, wenn du mal im Geistbereich, mal in deinem physischen Bereich, du bist jemand, der gerne Kohlenhydrate isst. Du willst aber abnehmen. 110% sind keine Kohlenhydrate. 110% sind mehr Gemüse. Punkt. 110% sind seine Ziele, sein Leben jetzt in die Hand zu nehmen. Ganz, ganz wichtig. Das sind die extra 10%. Okay? Das sind auch 110%. Ein weiterer wichtiger Punkt, der mich lange blockiert hat. Und zwar mangelndes Selbstvertrauen. Du hast möglicherweise mangelndes Selbstvertrauen in deine eigenen Fähigkeiten, was dich blockiert, Investitionen zu tätigen, die dich voranbringen. Zum Beispiel der Umzug in ein Büro. Zum Beispiel das Invest in einen Firmenwagen. Zum Beispiel das Invest in dich selbst. In Systeme. In Beratungen. In Coachings. Ich hatte diese Blockade ganz lange gehabt. Ich habe damals bestimmt schon sechs Monate lang jeden Monat mindestens 24.000 Euro Umsatz gemacht. Aus der Kalterkrise. Mindestens sechs Monate lang schon. Und dann kam irgendwann das Thema Autoleasing. Und beim Autoleasing ist es so, dass es bessere Karosserien gibt und nicht so gute Karosserien gibt. Und ich hatte erst mal überhaupt Glaubenssätze, überhaupt mir Fixkosten ans Bein zu binden. Warum? Obwohl man ja auch Kosten produzieren muss. Aber warum? Weil ich mir nicht selbst vertraut habe. Weil ich selber von mir dachte, ich habe es zwar jetzt schon sechs Monate bewiesen, aber das kann ja sein, dass es nicht immer so geht. Das kann ja sein, dass es mal schlechte Monate gibt. Das kann ja sein, dass ich K.O. gehe. Das kann ja sein, dass ich verliere. Das kann ja sein, dass ich auf einmal aufgebe. Das sind Verlustgedanken. Verlierergedanken. Die sind aber normal. Die hatte ich auch. Aber dann habe ich mir gesagt, ey, ganz ehrlich, scheiß drauf. Keiner weiß, was morgen ist. Ich weiß nur, was heute ist. Dass ich heute lebe. Dass ich jetzt gerade atme. Dass ich zu 110% meinen Körper jetzt spüre, was morgen ist, ist ein neuer Tag. Denke nicht an morgen. Weil der Tag von heute bringt genügend Möglichkeiten, Sorgen mit sich. Deswegen denke nicht an Probleme und an Sorgen von morgen. Weil der heutige Tag nimmt, bringt genügend mit sich. Also ist es auch 110% an dich selbst zu glauben. Zu sagen, ey, ich investiere jetzt mal 20.000, 12.000, 3.000. In Büroräumlichkeiten. In Mitarbeiter. Ich schaffe das. Vertraust du dir selbst. Das ist ganz entscheidend. Auch für deinen Erfolg. Wenn Kunden bei dir nicht kaufen, obwohl du alles richtig gemacht hast, dann hast du einen Fehler trotzdem gemacht. Du hast es nicht geschafft, sein Selbstvertrauen so aufzubauen in deinen Verkaufsgesprächen, dass er selbst an sich glaubt. Dass er auch investiert. Aber die Frage ist immer als erstes, glaubst du an dich so sehr, dass du bereit wärst, ich sag jetzt mal 50.000 Euro, obwohl du es nicht hättest, weil du weißt, dass du die Welt verändern wirst, zu investieren. Oder 100.000 oder 200.000. Das ist die Frage. Und wenn du weißt und voll von dir überzeugt bist, weil das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass du die Investition wieder reinholst und dir selbst vertraust, dann gibst du 110%. Und dann geht das gar nicht anders, dass du noch erfolgreicher wirst. Also sind auch 110% an sich selbst zu glauben, an seine Fähigkeiten, an seine Stärken, sich immer weiterzuentwickeln, immer weiterzumachen. Die Akquise, der Kunde sagt Nein zu dir, der lehnt dich ab, bam, egal, 110% weiter. Ich hab mir damals in der Akquise mit einem Telefonhörer mit Klebeband dran geklebt. Das ist aufgelegt, ich konnte nicht ablegen. Ich konnte nicht weg. 110%. Ich will einen vollen Terminkalender, ich will meine Ziele erreichen, ich will expandieren. 110%. Ich geb 110%. Ich geb 110%. Gib 110%. In jeder Phase deines Körpers. In jeder Situation deines Lebens. Und dann wirst du merken, wie auf einmal du, bam, durch die Decke gehst. Es gibt Affirmationen, die ich mir dreimal, dreimal am Tag sage. Ich bin ein Elite-Seller. Ich bin dankbar. Ich schaffe alles, was ich will. Ich überzeuge jeden. Ich bin selbstbewusst und positiv. Ich ziehe Geld an wie ein Magnet. Ich treffe Entscheidungen mit Verstand. Ich pflege meinen Geist und meinen Körper. Ich gebe 110%, um meine Ziele zu erreichen. Das mache ich dreimal. Morgens, mittags und abends. Sowas, das sind Kleinigkeiten, macht dich ambitibar und besiegbar. Unter anderem. Abends. Schreibe dir fünf Dinge auf, auf die du heute stolz bist. Und tagsüber gibst du Vollgas. Tagsüber gibst du Vollgas. Okay? Das heißt, egal wo du gerade bist, egal wie du gerade stehst, egal in welcher Situation du bist, verzweifle nicht. Gib 110%. Such dir ein Umfeld, das dir die Hand reicht. Such dir ein Umfeld, das dich hochzieht. Such dir ein Umfeld, das dich voranpulcht. Gib 110%, um deine Ziele zu erreichen.